Hallo, guten Morgen. Wir hatten uns mit endlichen Automaten beschäftigt und ich hatte behauptet, dass endliche Automaten und reguläre Grammatiken und reguläre Sprachen sehr gut zusammenpassen, weil sie die gleichen Dinge beschreiben. Da waren wir aber stecken geblieben und um hier weiterzukommen, müssen wir heute zunächst einmal uns mit dem Thema Nicht-Determinismus beschäftigen. Mein Name ist Markus Krötzsch, herzlich willkommen zurück zur Videoreihe Formale Sprachen und Automaten. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir hatten, wie schon gesagt, beim letzten Mal uns Automaten angeschaut und sie als neue Art der Beschreibung für Sprachen kennengelernt. Wir hatten bis dahin mit Grammatiken gearbeitet und diese auch eingeteilt in die Chomsky-Hierarchie und auf diese Art verschiedene Sprachklassen schon einmal definiert, die wir aber noch nicht näher untersucht haben. Und jetzt mit den endlichen Automaten haben wir einen weiteren, etwas berechnungsorientierteren Weg gefunden, um Sprachen zu beschreiben. Denn letztlich ist ein Automat ja eine Art abstrakter Algorithmus dafür, wie man ein Wort einer Sprache erkennen kann. Und die Behauptung, die ich dann aufgestellt hatte, war, dass deterministische endliche Automaten genau die regulären Sprachen erkennen, also genau die Sprachen, die durch Typ-3-Grammatiken mit dieser eingeschränkten Form, die Chomsky da verwendet, beschrieben werden können. Und das war relativ intuitiv, das zu sehen, weil wir letztlich nur den Übergang der Automaten, den wir mit so einer Übergangsfunktion hier beschrieben hatten, Sie sehen das hier unten auf der Folie, Delta eines Zustands a mit dem Eingabesymbol klein a ergibt den neuen Zustand b. Diese Übergangsfunktion konnten wir mehr oder weniger direkt als Regel in einer Grammatik ausdrücken, indem wir einfach Variablen, also nicht Terminalsymbole für die Zustände einführen und hier ein a generieren, während wir von Variable a zu Variable b wechseln. Und das gab eine sehr schöne Übereinstimmung zwischen dem, was der Automat tut in den Läufen eines Automaten und dem, was die Grammatik tut in ihren Ableitungen, weil jede Ableitung, die so eine reguläre Grammatik generieren kann, zu jedem Zeitpunkt immer nur genau eine Variable enthält, also ein Nicht-Terminalsymbole. Und das ist eben genau der Zustand des Automaten. Und der kommt auch bei diesen regulären Regeln, wie man sich leicht überlegen kann, immer am Ende des generierten Wortes vor. Das heißt, man kann sich das wirklich so vorstellen, dass die Grammatik Zeichen für Zeichen Terminalsymbole generiert und dabei immer am Ende den Cursor nach vorn schiebt und in einen Zustand wechselt, der jeweils das nächste Zeichen generieren wird. Deterministisch, wenn es ein deterministischer Automat ist. Okay, das war also eine sehr einfache und direkte Übersetzung von Automaten in Grammatiken. Und was wir jetzt gerne hätten, um die Korrespondenz zu kompletieren, wäre, dass die umgekehrte Richtung genauso funktioniert, also dass wir auch Grammatiken in Automaten übersetzen können. Und das könnte man ja ebenso tun. Ich könnte auch hier sagen, ich gehe aus von diesen einfachen Regeln, die in regulären Grammatiken zulässig sind und für jede Regel dieser Art definiere ich mir den entsprechenden Zustandsübergang. Das heißt, die Variablen, die meine Grammatik mir gibt, werden meine Zustände und die Übergänge zwischen ihnen werden durch diese Regeln festgelegt. Das scheint zunächst einfach. Geht natürlich auch mit Regeln, die den Abschluss bilden. Also nicht jede Regel generiert neue Nicht-Terminalsymbole, sonst würde die Ableitung nie aufhören. Es muss auch Regeln geben, die irgendwie zum Abschluss kommen können. Und das können wir dadurch simulieren, dass wir einen Endzustand ansteuern. Okay, das würde also erst einmal plausibel klingen. Und ich hatte Sie gefragt, warum geht das nicht? Was funktioniert hier nicht? Was geht hier schief, wenn wir dieses als Lösung für die Konstruktion angeben wollen? Okay, ich hoffe, Sie haben darüber nachgedacht und vielleicht es auch gesehen. Die Antwort lautet natürlich, dass diese Konstruktion so wie sie hier steht, überhaupt keinen endlichen Automaten in unserem Sinne, keinen DFA definiert. Das würde funktionieren, wenn man so einen DFA angeben könnte, aber das was ich so bestimme, ist kein DFA. Warum nicht? Ganz einfach deshalb, weil die Übergangsfunktion nur in genau einen Zustand führen kann. Aber wenn wir sie so definieren, könnte es sein, es gibt mehrere Regeln, die für den Fall Zustand A und Eingabesymbol A anwendbar sind. Und das würde dann nach dieser sogenannten Definition dazu führen, dass wir mehrere Werte für die Übergangsfunktion festlegen würden. Das geht nicht. Es ist eine Funktion. Wir müssen uns schon überlegen, welchen Wert wir möchten. Und man sieht es hier am Beispiel, was da schiefgehen könnte, nochmal konkret. Also ich könnte mir vorstellen, ich habe eine Grammatik mit Startsymbol S, die, welches nach Terminal A und Variable A umgeschrieben werden kann oder eben auch nach Terminal A und Variable S. Und ich kann ebenfalls A auf Epsilon abbilden. Ganz einfache Grammatik, die Wörter erzeugt, die mindestens ein A enthalten, aber eventuell mehr. Und nach dieser Definition würde es aber bedeuten, dass die ersten beiden Regeln zwei gegensätzliche, zwei widersprüchliche Anforderungen für die Übergangsfunktion uns geben. Nämlich zum einen, dass im Zustand S das Symbol A zu lesen bedeutet, dass wir zu Zustand A wechseln und andererseits, dass im Zustand S das Symbol A zu lesen bedeutet, dass wir im Zustand S bleiben. Das können wir ja nicht gleichzeitig fordern. Dann hätten wir ja zwei verschiedene Übergänge für die gleiche Eingabe. Okay. Oder können wir das doch irgendwie machen. Wäre es nicht vielleicht denkbar, dass die Übergangsfunktion mehr als einen Wert annimmt? Ich könnte das ja zum Beispiel als Menge darstellen. Dann könnte ich sagen, wenn ich im Zustand Q bin und ein A lese, dann komme ich in die Menge dieser Zustände oder in diese beiden Zustände. Wie genau das zu lesen ist, müsste man sich dann überlegen. Ja, was würde das bedeuten? Also in der Grammatik ist es ja relativ klar, wenn ich zwei verschiedene Regeln habe, die anwendbar sind, in einem bestimmten Fall, dann darf ich mir aussuchen, welche davon ich benutze. Beide sind anwendbar, also gibt es zwei mögliche Ableitungen an dieser Stelle. Und so sollte es dann eben auch im Automaten sein. Das heißt, man müsste dann sagen, in so einem Fall hat der Automat die Wahl zwischen mehreren Übergängen. Einer davon kann genommen werden. Das bedeutet, die Verarbeitung des Wortes wird an dieser Stelle nicht deterministisch. Sie ist nicht mehr bestimmt durch die Eingabe, sondern sie kann unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie wir uns entscheiden, wenn wir die einzelnen Übergänge wählen. Und naja, was würde dann Akzeptanz bedeuten, wenn ich mehrere Möglichkeiten habe und es nicht mehr klar ist, wie ein Lauf aussieht? Dann müsste ich sagen, der Automat akzeptiert ein Wort, wenn es zumindest eine mögliche Folge von Zustandsübergängen gibt, die am Ende zu einem Endzustand führt. Warum mindestens eine, warum nicht alle oder irgendeine andere Definition? Naja, weil es bei der Grammatik auch so ist, nicht wahr? Wenn die Grammatik eine Möglichkeit hat, ein Wort zu generieren, dann ist dieses Wort Teil der Sprache. Es müssen nicht alle möglichen Ableitungen, die man sich vorstellen kann, zu dem gleichen oder zu diesem Wort führen. Und insofern reicht auch beim Automaten eine richtige Wahl. Richtig steht hier in Anführungszeichen. Also wenn ich das Wort akzeptieren will, dann müsste es für diese Aufgabe eine richtige Entscheidung geben. Und das natürlich in jedem Schritt, denn so ein Lauf von einem Automaten kann ja länger sein und ich muss vielleicht viele Entscheidungen treffen. Okay. Gut. Das kann man tatsächlich machen. Also man kann Automaten so definieren und kann sagen, die Übergangsfunktion liefert uns jetzt mehr als eine Möglichkeit pro Schritt. Und was dabei entsteht, ist einfach der sogenannte nicht deterministische endliche Automat. Das ist hier definiert. Die Definition können Sie gern vergleichen mit der vom deterministischen endlichen Automaten. Da werden Sie sehen, dass das meiste hier sehr ähnlich bleibt, aber ein paar kleine Änderungen muss man durchführen. Zunächst mal noch kurze Bemerkung für meine Abkürzungen. Ich sage oft NFA, Non-Deterministic Finite Automaton. Die englische Kurzschreibweise für nicht deterministischer endlicher Automat. Sie dürfen auch NEA schreiben, wenn Ihnen das besser gefällt oder leichter zu erinnern ist. Auch dieser NFA ist also wieder ein Tupel, genauso wie wir es bisher bei allen unseren komplexeren Definitionen gemacht hatten. Sie erinnern sich Grammatiken, endliche Automaten, die deterministisch waren, sind immer Tupel, weil sie mehrere Stücke haben, die zur Definition gehören. Und auch hier haben wir wieder fünf Bestimmungsstücke. Das erste ist die Menge der Zustände, die wir auch beim endlichen Automaten her kennen. Das zweite ist das Alphabet. Auch das hatten wir schon so kennengelernt. Das dritte ist die Übergangsfunktion. Da müssen wir jetzt was anders formalisieren. Wir müssen also eine Art finden, wie wir mathematisch diese Mehrdeutigkeit, diesen Nicht-Determinismus hier darstellen können. und letztlich die Signatur, das Interface für diese Funktion definieren. Und wie ich das hier mache, ist so, dass ich sage, die Übergangsfunktion Delta ist eine totale Funktion, also mal keine partielle, die soll jetzt überall definiert sein, die von einem Paar, von Paaren, von Zuständen und Eingabesymbolen abbildet auf eine Menge von Zuständen. Menge von Zuständen stelle ich hier so dar, dass ich sage, der Wertebereich dieser Funktion ist die Potenzmenge der Menge der Zustände und das schreibe ich als 2 hoch q. Es gibt auch im Deutschen vor allem die Notation mit dem p, manchmal in Fraktur oder in anderen Schriftarten, ja, p von q als Potenzmenge, haben Sie vielleicht auch so gesehen in Kursen. Diese Notation hier mit 2 hoch q ist aber auch gebräuchlich in der Mathematik und deutet darauf hin, dass in der Potenzmenge auch 2 hoch q viele oder 2 hoch Kardinalität von q viele Elemente enthalten sind, wenn q endlich ist, zumindest kann man das so berechnen. Also die Analogie ist hoffentlich auch offensichtlich. Okay, also ich schreibe das so, Sie dürfen auch p von q schreiben, das wird auch verstanden. Gut, also das heißt, wir bilden Paare auf Mengen ab, genauso wie ich es in der intuitiven Einleitung gerade erklärt hat. Dann haben wir eine Menge möglicher Startzustände, die ich mit Groß q 0 bezeichne. Das ist auch ein kleiner Unterschied. Beim deterministischen Automaten mussten wir einen konkreten Startzustand wählen, von dem wir ausgehen. Hier haben wir eine Menge und können entscheiden, welchen Startzustand wir daraus verwenden wollen. In der Regel sollte diese Menge nicht leer sein, das steht hier nicht dazu. Wird auch, wenn man solche Automaten zulässt mit leeren Mengen von Startzuständen, dann hat man keine akzeptierbaren Wörter, dann kann man keinen Lauf bilden, aber ansonsten würde das jetzt mathematisch auch nichts ändern. Also alles, was ich hier schreibe und behaupte, gilt auch einschließlich für die Automaten, die leere Mengen von Startzuständen haben. Die sind noch nicht sehr sinnvoll. Also das sollte hoffentlich klar sein. Okay. Und dann zuletzt haben wir noch die Menge von Endzuständen. Das ist das Gleiche, was wir auch schon bei deterministischen Automaten gesehen haben. Es kann viele Zustände geben, in denen letztlich akzeptiert wird. Okay. Und auch die Notation wähle ich wieder ganz ähnlich wie bei den endlichen Automaten. Wenn ich eine Situation habe, in der ein Zustand Q' in der Menge der Zustände ist, die ich ansteuern kann, wenn ich im Zustand Q das Zeichen A lese, dann schreibe ich Q Pfeil mit hochgestelltem A nach Q'. So ist also ein Übergang hier definiert. Und Sie sehen, das kann man auch natürlich sich grafisch gut vorstellen und das werde ich Ihnen gleich zeigen. Okay. Hier haben wir also ein Beispiel für so ein NFA und Sie sehen schon, das ist erst mal auf dem Papier, wenn man es sich so anschaut, gar nichts anderes als das, was wir für DFAs schon kennen. Wir haben auch die gleichen Schreibweisen wieder mit Zuständen und Pfeilen für die Übergänge und Endzuständen mit doppelten Strichen und Anfangszuständen, in diesem Fall müsste ich sagen, mit eingehendem Pfeil. Das bleibt alles erhalten. Der einzige Unterschied, an dem wir jetzt erkennen können, dass es sich hier um einen nicht deterministischen Automaten handelt, ist, dass es von Q1 aus mehr als einen Übergang gibt für das Zeichen 1. Und das ist formal so dargestellt, dass also Delta von Q1 und 1 eine zweielementige Menge ist. Für den Fall, dass 0 gelesen wird im Zustand Q1, ist das Verhalten deterministisch. Da gibt es also nur genau ein Element. Die einelementige Menge ist dann also das Ergebnis dieser Übergangsfunktion. Und auch für die Fälle, in denen es keine Übergänge gibt, können wir dank dieser Mengennotation jetzt einen Wert für die Übergangsfunktion festlegen. Wir sagen dann einfach, dass es die leere Menge der Zustände, zu denen ich wechseln kann. Deshalb brauche ich jetzt auch in dieser Definition keine partiellen Funktionen mehr, weil dieser Fall, dass etwas undefiniert ist, ein Übergang nicht existiert, sich leicht durch diese Menge darstellen lässt. Okay, gut. Das ist also ein NFA und ich kann den jetzt mit bestimmten Eingaben abarbeiten lassen und kann sehen, was passiert. Wir betrachten das Wort 011. Wir beginnen natürlich im Startzustand Q1 und lesen jetzt die 0. Das ist wie gesagt deterministisch. Man muss den Übergang hier wählen und gelangt also wieder in den Zustand Q1. Als nächstes lese ich die 1. Da habe ich jetzt Möglichkeiten. Ich könnte diesen oder jenen Übergang wählen und ich beginne mal damit, jenen zu wählen. Das heißt, ich gehe nach Q2. Und jetzt als nächstes kommt noch eine 1 in der Eingabe und da geht es nicht weiter. Sie sehen es, wir haben keine Übergänge in Q2 für die Eingabe 1. Das heißt, an dieser Stelle kann man nicht weiterlesen. Die Situation kennen Sie auch schon aus den Beispielen für die deterministischen Automaten. Hier, wenn es keinen Übergang gibt, dann lehnt der Automat ab. Also es gelingt nicht, die gesamte Eingabe einzulesen. Es fehlen uns Übergänge. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, mit der gleichen Eingabe zu arbeiten und eine davon möchte ich Ihnen noch zeigen. Wir beginnen wieder im Startzustand Q1. Wir lesen die 0 und bleiben in Q1. Aber jetzt lesen wir die nächste 1, indem wir diesen Übergang wählen und weiterhin in Q1 bleiben. Und zu guter Letzt, die nächste 1 bringt uns dann, auch das ist wieder eine Entscheidung, die man treffen muss natürlich, die bringt uns jetzt in dem Fall zu Q2. Und damit haben wir das ganze Wort eingelesen. Der Lauf endet in Q2 und Q2 ist ein Endzustand. Das heißt, diese Eingabe wird hier akzeptiert. Und da ist also, es gibt hier mehrere Läufe. Sie sehen das. Einige lehnen ab, einige akzeptieren, aber das Akzeptieren gewinnt. Also das heißt, wenn es mindestens einen gibt, der akzeptiert, dann wird der Automat diese Eingabe insgesamt akzeptieren. Das ist also eine nicht symmetrische Situation. Akzeptieren ist stärker als ablehnen. Wir sind grundsätzlich optimistisch. Wenn es nur einen Weg gibt, Erfolg zu haben, dann werten wir das Ganze als Erfolg. Okay, gut. Das heißt, hier haben wir nicht deterministische Akzeptanz gezeigt. Okay. Die Definition, die ich Ihnen gezeigt habe, Sie haben es schon gesehen, hat ein paar Unterschiede zu den Definitionen bei DFAs. Und das sind Dinge, die man leicht abändern und anders definieren muss, um dieses Konzept des Nicht-Determinismus richtig einzufangen. Aber es gibt natürlich, wie oft in der Mathematik, mehr als eine Möglichkeit, um dieses Konzept formal einzufangen. Also ich hätte auch die Definition ein bisschen anders aufschreiben können und trotzdem die gleiche Idee damit dargestellt. Und das möchte ich hier auf der Folie kurz mit Ihnen besprechen, weil Sie vielleicht auch mal ein Lehrbuch in der Hand haben, wo es ein bisschen anders gemacht wurde. Dann sollen Sie nicht denken, ach, das ist hier was ganz anderes. Das heißt zwar auch NFA, aber ist überhaupt nicht die gleiche Definition. Sondern dann sollen Sie sagen, ah ja, hier gab es eine kleine formale Änderung. Aber letztlich sieht man leicht, dass ja am Ende die gleiche Art von Automaten, das gleiche Verhalten damit dargestellt werden kann. Es nur oberflächliche Veränderungen sind. Damit will ich nicht sagen, dass es immer offensichtlich ist, was oberflächlich ist und was nicht. Auch das ist klar. In der mathematischen, formalen Welt ist es immer wichtig, auf die Details zu achten. Wir müssen sehr genau sein. Und manchmal ist eine ganz kleine Veränderung eine, die ganz entscheidende Auswirkungen hat und das gesamte Konzept verändert und dazu führt, dass ganz andere Dinge gelten. Aber es gibt eben auch Fälle, in denen kleine Veränderungen nichts weitermachen. Und es gehört auch ein bisschen dazu, zu dem Verständnis eines solchen Themas, dass man gute Vorstellungen davon hat, was wichtig ist an dem Konzept, worauf kommt es an und was sind die Dinge, die man so oder so machen könnte, ohne dass es großen Unterschied gäbe. Okay, was kann man also vielleicht anders machen? Naja, eine Sache, die man anders machen kann, ist fast nur syntaktischer Natur, würde ich sagen. Das ist die Art, wie man die Übergangsfunktion jetzt auch schreibt. Sie könnten, was wir gemacht hatten, war ja zu sagen, wir wollen eine mengenwertige Funktion. Die Funktion liefert uns jetzt Mengen. Aber stattdessen hätte man auch sagen können, na gut, wir gehen weg von der Idee der Funktion, gehen hin zu der Idee der Relation. Ja, Sie kennen sie auch aus der Mathematik. Relationen einfach bloß Mengen von Tupeln, in dem Fall von Triplen hier, weil es eine dreistellige Relation sein wird, über die ich spreche. Und so eine Relation kann also beliebig viele Eingaben mit beliebig vielen Ausgaben in Relation setzen. Das heißt, wir sind nicht mehr gezwungen, dass jede Eingabe genau eine Ausgabe erzeugt und damit können wir also Mengen von mehreren Ausgabewerten genauso gut darstellen. Das wird dann oft so gemacht, also bei mir hieß das klein Delta und hatte eben diese Signatur als Funktion zur Potenzmenge. Und wenn ich das als Relation darstellen wollte, würde ich das wahrscheinlich Großdelta nennen, weil Relationen in der Regel mit Großbuchstaben abgekürzt werden. Und diese Relation wäre dann eine Relation, die immer drei Bestimmungsstücke zusammenbringt, nämlich einen Eingabezustand oder einen aktuellen Zustand, ein Eingabesymbol und den Zielzustand, zu dem wir hingelangen. Diese drei Dinge sind also in jedem Tupel der Relation vorhanden. Und die Idee ist natürlich, dass das genau das Gleiche kodiert wie meine Funktion. Ich würde einfach sagen, ein Q-Strich, ein Zielzustand kann erreicht werden von Q aus, wenn man Sigma liest, genau dann, wenn es das Triple Q-Sigma Q-Strich in dieser Relation gibt. Das ist also wirklich nichts weiter als eine andere Gruppierung der gleichen Informationen und letztlich, wenn Sie so wollen, eine andere Datenstruktur für die gleiche Idee. Ich finde die Funktion ein bisschen intuitiver hier, weil sie klarer darstellt, was gegeben ist und was wir ermitteln durch diese Funktion. Die Relation ist in gewisser Weise völlig symmetrisch. Ich könnte sie auch von hinten lesen. Hier gibt es keine vorgegebene Ein- und Ausgabe, sondern das muss ich dazu sagen, was meine Idee ist, welches der Eingabezustand, das Eingabesymbol ist. Das ist bei der Funktion ein bisschen stärker durch die Schreibweise schon ausgedrückt, dass wir hier zwei Dinge zur Eingabe haben und eine Sache oder eine Menge von möglichen Sachen als Ausgabe. Aber ansonsten ist das natürlich völlig äquivalent. Okay, also das sind einfach nur Vorlieben in der Notation, die man unterschiedlich haben kann. Eine andere Veränderung, die man hätte tun können, ist die Menge der Startzustände, die ich betrachtet habe, Q0 durch einen einzigen Startzustand zu ersetzen. Also auch da ist es aus meiner Sicht ein bisschen intuitiver und mehr mit der Idee von endlichen nicht-deterministischen Automaten kompatibel, wenn man sagt, es gibt jetzt auch mehrere Orte, an denen die Berechnung starten darf. Aber man kann auch relativ leicht sehen, dass das nicht wirklich dazu führt, dass man mehr ausdrücken kann mit so einem Automaten. Selbst wenn wir die Einschränkung hätten, dass es nur immer einen Startzustand geben kann, können wir das Verhalten, was man mit vielen Startzuständen bekäme, simulieren, indem man einfach noch mehr nicht-deterministische Übergänge von dem einen einzigen Startzustand aus dann zulässt. Das funktioniert. Also ziemlich ähnlich. Mit anderen Worten, die Intuition hier ist vielleicht, wenn man einmal eine nicht-deterministische Übergangsfunktion hat, bei der man in jedem Schritt viele Möglichkeiten zur Auswahl hat, dann benötigt man nicht unbedingt noch zusätzlich eine freie Auswahl für den Start. Denn das, was man hier an freier Wahl zusätzlich erhält, das kann man auch später im Lauf durch Abzweigungen, die man dann einführt, leicht wieder zurückgewinnen. Also die zusätzliche Mächtigkeit dieses Formates liegt an dieser Übergangsrelation und nicht an der Freiheit beim Startzustand. Aber trotzdem, ich finde es ein bisschen passender für die Gesamtdefinition, wenn man hier mehrere Möglichkeiten zulässt. Okay. Und das Dritte, was auch wieder möglich ist, ist, man könnte auch sagen, man möchte nur einen einzelnen Endzustand haben. Das ist hier besonders einfach nicht-deterministisch, da kann man auch mal drüber nachdenken, wie das geht, weil man letztlich sagen kann, in jedem Fall, in dem ich zu einem Zustand käme, der ein Endzustand ist, zurzeit, da könnte ich sagen, ich füge noch einen zusätzlichen neuen Endzustand, der global einzige Endzustand QF, dann in meinem Automaten ein. Und ich sage jedes Mal, wenn ich in dem ursprünglichen Automaten zu einem Zustand hätte gehen können, der ein Endzustand ist, also das heißt an der Stelle die Aktie oder den Lauf beenden hätte können, erlaube ich nicht-deterministisch mit dem gleichen Eingabesymbol zu diesem neuen Endzustand zu wechseln. Und was man dann im Endzustand macht, ist eigentlich egal, da muss gar keine weiteren Übergänge haben. Ich kann ja mir vorstellen, dass ich dort überhaupt nur dann nicht-deterministisch hingehen werde, wenn ich das letzte Zeichen meines Wortes lesen möchte und also der Lauf danach endet. Ansonsten nutze ich den einfach nie. Und damit kommt man also, wenn ich das mal so skizzieren kann, immer zu einem einzigen Endzustand, wenn man das möchte. Okay, das geht also auch. Auch da ist keine echte Verstärkung oder Verallgemeinerung des Modells vorhanden, wenn man hier zu einer Menge f übergeht. Okay, das sind also die Variationen, die es so gibt und die Sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehen. Okay, und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser kurzen Einführung in nicht-deterministische Automaten. Aber eine wichtige Frage sollte man vielleicht hier noch besprechen. Und zwar die Frage, die man vielleicht, wenn man ein bisschen angewandt denkt, als Erste hat, ist denn das überhaupt sinnvoll? Ist das eine nützliche Definition? Also wir haben natürlich ein bisschen argumentiert, dass sie mathematisch praktisch ist für uns, dass wir damit vielleicht Dinge tun können, die wir bisher nicht tun konnten. Aber aus Sicht der Informatik ist das ja nicht gerade ein plausibles Berechnungsmodell, nicht wahr? Also wir sagen, wir haben einen Algorithmus oder einen Computer, wenn Sie so wollen, einen Automaten eben, der eine Berechnung durchführt, bei der in jedem Schritt geraten wird, was als nächstes zu tun ist. Und Sie können sich vorstellen, wenn es viele Schritte gibt, dann ist das sehr viel Raten und es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man raten kann. Und wir sagen, wenn nur eine Möglichkeit davon zum Erfolg führt, dann soll der Automat das Wort akzeptieren. Und das ist ja eine Funktionsweise, die wir von unseren tatsächlichen Rechenmaschinen leider nicht kennen. Wir können keine Software schreiben, die so arbeitet, sondern wenn wir Software schreiben, dann ist sie immer deterministisch in dem Sinne, dass sie einen bestimmten Übergang ausgehend von dem Eingangszustand und in allen internen Zuständen wählen muss. Und das heißt, wenn wir sicherstellen wollen oder wenn wir herausfinden wollen, ob es überhaupt irgendeine Möglichkeit geben würde, für so eine nicht-deterministische Maschine zu akzeptieren, dann bleibt uns letztlich nichts anderes übrig, als alles der Reihe nach durchzuprobieren. Also alle möglichen Läufe zu konstruieren und zu schauen, ob einer davon akzeptiert. Und das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Ja, denn das kann man sich auch leicht überlegen und das werden wir noch genauer sehen. Es gibt exponentiell viele solcher Läufe. Also wenn ich sehr viele Entscheidungen treffe oder polynomiell linear viele Entscheidungen treffe entlang eines Berechnungspfades, dann verdoppeln sich oder vervielfachen sich mit jeder Entscheidung die möglichen Fortsetzungen, die möglichen Berechnungspfade, denen ich da folgen kann. Und das wird also sehr schnell sehr groß. Okay. Ist also letztlich der nicht-deterministische Automat ein nicht sehr sinnvolles Modell, weil es eben nicht mit der Realität übereinstimmt. Gut. Was natürlich jeder für sinnvoll hält, kann man sich streiten. Aber ich möchte doch argumentieren, dass das natürlich nicht der Fall ist, dass es also durchaus viele gute Gründe gibt, warum wir uns damit beschäftigen, auch wenn unsere Rechner nicht so arbeiten. Und ein paar habe ich hier auf der Folie mal aufgelistet. Zum einen, was auch ein sehr guter und praktischer Grund für nicht-deterministische Automaten ist, ist, dass sie oftmals viel kompaktere und natürlichere Darstellungen von Sprachen erlauben. Und das werden wir noch sehen. Das ist letztlich auch ein bisschen der Grund, warum wir sie eingeführt haben. Wir wollen damit Sprachen darstellen, die uns bisher noch nicht so richtig geglückt sind darzustellen, nämlich die, die wir durch reguläre Grammatiken beschreiben können. Und wenn wir nicht-determinismus zulassen, dann wird das plötzlich sehr einfach, sehr kompakt, sehr direkt. Eigentlich genauso, wie die andere Richtung es schon war. Also ein Vorteil, es wird leichter verständlich, auch wenn es dann vielleicht in der Praxis nicht so einfach auszuführen ist. Der zweite Punkt hier, und das ist vielleicht der entscheidende aller dieser Punkte hier, das ist vielleicht der wichtigste überhaupt, ist, dass Nicht-Determinismus sehr treffend die Schwierigkeit vieler praktischer Probleme beschreibt. Also Sie können natürlich sagen, das ist keine gute Beschreibung der Art, wie unsere Computer funktionieren oder unsere Algorithmen arbeiten. Aber es ist eine sehr gute Beschreibung der Herausforderungen, die wir in vielen Anwendungen zu bewältigen haben. Es ist eben so, dass wir oftmals in der echten Welt nicht wissen, welche Entscheidung zum Erfolg führt. Und dass wir oftmals, wenn wir zum Beispiel ein Optimierungsproblem lösen wollen, ein kompliziertes kombinatorisches, wo es viele mögliche Zusammenstellungen von Komponenten gibt, und wir eine ausreichend gute, eine erfolgreiche suchen, dann wird uns eben keiner vorher sagen, was der nächste Schritt ist, sondern müssen wir unter Umständen auch diesen ganzen Suchraum analysieren. Das heißt also, Nicht-Determinismus ist eine sehr gute Beschreibung von vielen wichtigen Problemen, die Sie in der Praxis und auch in der theoretischen Informatik oftmals antreffen. Man kann Nicht-Determinismus auch, das möchte ich hier noch kurz erwähnen, für die Modellierung von Parallelität einsetzen. Also das ist nur ein Aspekt von Parallelität, aber man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass die verschiedenen Entscheidungen, die hier getroffen werden können, auch parallel analysiert werden könnten. Also anstelle nicht deterministisch zu raten, welcher Weg der richtige ist, könnte ich auch an dieser Stelle durch Parallelverarbeitung beide Wege analysieren. Also ich würde an der Stelle immer einen Fork durchführen und mit zwei unabhängigen Threads sozusagen die Berechnung weiterführen, wobei der eine Thread den linken Ast vielleicht des Suchbaums und der andere den rechten analysiert. Also das heißt, alles parallel macht. Das geht natürlich nur begrenzt. Die Anzahl der parallelen CPUs, die wir zur Verfügung haben, ist in der Regel endlich in irgendeiner Form. Also wir werden nicht beliebig lange Läufe vollständig parallel abarbeiten können, aber es ist doch in gewisser Weise ein Modell dafür, wie man so eine Suche organisieren könnte oder wie Parallelverarbeitung funktionieren könnte. Und nun gut, zu guter Letzt, auch wenn Sie sagen, es ist kein sehr gutes Modell für die Art, wie Computer arbeiten, ist es doch ein guter Ausgangspunkt dafür, praktische Algorithmen zu finden. Also es ist halt nicht selten der Fall, dass das Erste, was man findet, der nicht-deterministische Algorithmus ist, also eine gute Art, das Problem zu lösen, wenn man raten könnte. Und dann kann man sich im nächsten Schritt überlegen, wie kann ich dieses Raten minimieren, wie kann ich das Raten ausschalten, sodass es möglichst deterministisch wird, die Abarbeitung. Und dann komme ich doch wieder zu etwas, was ich auch implementieren kann. Also all diese Dinge und manches mehr sind der Grund, warum nicht-determinismus eine sehr große Rolle spielt in der Informatik und an vielen Stellen immer wieder auftaucht. Und auch für einige der wichtigen und großen offenen Fragen in der Berechnung ist nicht-determinismus natürlich ganz entscheidend. Also ja, wenn ich sage P versus NP, da ist das natürlich auch etwas, wo nicht-determinismus eine große Rolle spielt. Nicht wahr? Das N in NP steht für nicht-determinismus. Dazu kommen wir noch. Okay, für heute reicht es erstmal, wenn wir die endlichen nicht-deterministischen Automaten verstanden haben und ihre Definition. Beim nächsten Mal wollen wir uns genauer anschauen, welche Sprachen diese Automaten akzeptieren und das dann auch wirklich mal anwenden, um das Problem zu lösen, was uns eigentlich dazu gebracht hat, das einzuführen. Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden wie immer alle Unterlagen online und können uns dort auch Ihre Kommentare schicken. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.